hallo meine lieben und herzlich willkommen auf dem kanal von bisu zimt auch für den nächsten monat gibt es wieder ein update video damit ihr wisst was auf euch im oktober zukommt so ganz nebenbei wir haben 800 abonnenten schön oder und das alles natürlich nur dank euch vielen lieben dank los geht's also mit dem ersten let's play hier ist assassin's creed 4 black flag edward ist noch unterwegs mit seinem schiff und segelt durch die komplette karibik wir kommen gut voran wir heizen den templern mit unseren kanonen ein und entdecken eine insel nach der anderen jedoch wird das projekt noch lange nicht vorbei gehen ja kommen wir daher zum nächsten projekt hier ist might and magic 10 legacy die schatzsuche hat uns in ein abenteuer gebracht in das wir vielleicht nicht hätten hineintappen sollen aber leider ist es uns passiert und wir kommen da nicht wieder raus die geschichte ist immer verworrener und irgendwie verliert man auch so leicht den überblick aber wir schlagen uns tapfer durch und am ende wird es noch mal richtig episch dabei rede ich hier vom ende might and magic 10 legacy ist aber lange noch nicht vorbei deshalb stellen wir uns darauf ein dass es uns noch lange zeit begleiten wird wir kommen nun zum nächsten projekt dem dritten im bunde hier ist heroes of might and magic 5 heroes of might and magic 5 geht vorbei ja es ist vorbei es ist also ziemlich am ende ihr werdet es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben wenn ich dieses video hochstelle und es wird auch noch eine weile laufen ich denke mal so ein bisschen in den oktober hinein aber es geht auf jeden fall zu ende und gerade weil es zu ende geht brauchen wir einen nachfolger der nachfolger es bestimmt hier kommt might and magic heroes sechs spannung epische abenteuer und jede menge wunderschöner geschichten umranken dieses wunderbare game wir werden uns ganz tief rein spielen auch wenn es im anfang sehr sehr schwer fällt mein gott habe ich geschwitzt jaja es gibt viel zu tun offensichtlich sind dort alle irgendwie irre geworden die schwester bringt den vater um der vater der lebt nicht mehr logischerweise und der sohn der will alle rächen dabei verbündet er sich mit orcs und irgendwie verbünden sich alle miteinander gegeneinander es ist der reine wahnsinn guckt es euch an und gerade weil wir in dieser heroes geschichte mittendrin sind in der kompletten might and magic story habe ich gedacht okay ich lasse mich breitschlagen der 29 september ist nicht mehr weit weg ich werde mir might and magic heroes 7 holen um es mit euch gleich zu release zocken zu können der absolute wahnsinn ich freue mich riesig drauf ich hoffe das wird gelingen und ich hoffe auch dass wir einigermaßen gut vorankommen wir werden dann heroes 7 und heroes 6 gleichzeitig laufen lassen doch als fünftes läuft natürlich wie immer weiter munter und fröhlich aion in aion haben wir ein wenig stress da kommt bald das neue update 4.8 und dort werden die ganzen server zusammengelegt dort kommen neue gebiete alte verschwinden wir müssen die kampagnenquests so schnell machen wie es geht und dann soll natürlich alles so umgestellt werden dass mein kleiner kantor den großen in den instanzen ersetzt und der große kantor auf pvp-jagd geht ob das alles so läuft wie ich mir das vorstelle das werdet ihr in den videos sehen guckt ruhig mal rein ab und zu gucken wir uns nämlich alle kommentare an die geschrieben wurden und werden die dort mehr erläutern ihr merkt selbst der oktober ist reich gesegnet mit games fünf videos an der zahl und ich bin es auch mit über 800 abonnenten ihr seid spitze die tausend haben damit schon fast voll ich danke euch also fürs ansehen und hoffe ihr genießt die ganzen videos schaut ruhig rein abonniert macht und tut ihr seid hier völlig frei seid live seid dabei bei bisu zimt